So Leute, noch eine kleine Info zum heutigen Stream. Es tut mir sehr leid, der Stream wurde nicht archiviert. Ich habe vorher nicht nachgeguckt, weil es hat sich von alleine wieder ausgestellt, dass das archiviert wird. Tut mir echt leid, der Stream war cool, der ging lang. Naja, ist halt so. Kann man jetzt nichts mehr machen. Ich hoffe trotzdem, dass es euch gefallen hat. Und ja, wir sehen uns dann einfach beim nächsten Stream. Der ist vielleicht Donnerstag, vielleicht Mittwoch, also vielleicht heute sogar schon, heute Nachmittag. Wer weiß, muss ich mal gucken, wenn ich so Zeit habe. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. Und ja, allerdings kann ich euch nur sagen, es wird so viele Streams in den nächsten Tagen geben. Also ich denke, in den nächsten Wochen können wir mit mindestens vier Streams rechnen. Deshalb macht euch da keinen Kopf.